Verstanden. Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hojo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hojo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum finden. Du musst versuchen. Du hast nichts drin. Du hast nichts drin. Du hast nichts drin. Du hast nichts drin. Das ist genug. Wirst Sie bei Stürzen? Wurdershonne angedeutigt. Ja. Lass mich machen. Mach was draus. Mehr als für mehr! Das ist es. Zu spät, so ein. Ich bin ein Tor. Ich bin ein Tor. Ich kann ihn übernehmen. Ich bin ein Tor. Das ist ein Tor, Barrett. Sie sind ein guter Team, Barrett. Ich bin ein Tor. Du bringst mich in Verlegenheit. Schon unterwegs. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Tifa und Ares waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Die K可能ettung dreht. Sie sollten die K可能ettung dreht. Aber Sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Transfusion initiiert, Transfusion initiiert, Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein.